Sind Sie Charlie Miller? Charlie Miller? Cooler Typ. Muss gut aussehen. Haben Sie eine Botschaft für ihn? Was ist mit Ihrem Ziel? Wenn du deinen Arsch auch nur einen Millimeter bewegst, ist dein Boss erledigt. Wissen Sie, was ein Mechaniker ist? Schön, wieder dabei zu sein. Mr. Miller ist hier. Es gibt Leute, die versuchen, ihr ganzes Leben in ein solches Spiel reinzukommen. Und du wirst auf jeden Fall immer gewinnen. Wirst du unser Mann? Aber sicher. Wollen wir jetzt mal so richtig lospoppen, Leute? Was soll das? Hören Sie auf! Du weißt, wenn man sich aussuchen muss, Baby. Deswegen bin ich hier da. Das ist hoch. So ein Mist. Es stellt sich als sehr profitabel heraus. Wie steht's mit dem Spiel? Wird er da sein? Ja, er ist dabei. Wer? Der saß mit Gangstern, mit Mördern, mit Mafia-Brüdern am Tisch, die wegen des Geldes. Denkst du wirklich, du könntest Stevens besiegen? Denkst du hier nicht sein. Er wurde noch nie reingedrungen. Noch nicht. Sie haben sich total übernommen. Und sie wissen es nicht mal. Sobald das Spiel vorbei ist, bin ich weg. Und du und Charlie, ihr könnt weitermachen mit dem, was zwischen euch läuft. Das ist Mr. Stevens. Wow. Ich werde zurück. Der Typ kann dich völlig auseinandernehmen, ohne dass du es bemerkst. Hör auf, mehr Angst zu machen. Schlechte Manieren, Tony. Wer den Dean reinlegt, der ist die Nummer 1. Sie sind doch kein Falsspieler oder kein. Okay, ich bin dabei. Geht es dir um die Kunst? Oder um das Geld? Aber solange ich da bin, werden sie immer der Zweitbeste sein. Darauf würde ich nicht wetten, Süßer. Ich bin nur für das Spiel.